Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schönen Tag! Danke! Tschüss! Schau! 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 Kann ich dir zeigen! Schau mal da drinnen! Das sind so alte Bilder von Vaterlehrern, die früher die Untertitelung in Schule gegeben haben! Erkennst du da drinnen einen? Das sind alle von früher nachher? Kennst du einen? Er kommt dir bekannt vor, der, den du den Traum gesehen hast? Oder so, oder so? Oder die Bilder, die du gesehen hast? Mit diesen Seelen? Ja, die zwei Männer und diese Frau? Hast du gesehen? Ich erinnere mich jetzt an die drei. Aber die haben die Schuld gegeben, schon lange bevor ich überhaupt auf Wunderreger gekommen bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist jetzt wieder? Da oben hat der Geist runtergeschaut. Was? Da oben hat der Geist runtergeschaut? Ich sehe nichts, Annelie. Da oben hat der Geist runtergeschaut. Da oben hat der Geist runtergeschaut. Jetzt stehe ich auf dieser Brücke, praktisch 65 Jahre später. Denn damals war ich ein siebenjähriges Kind, wo ich mit meinem Bruder unerlaubterweise zu dieser Brücke ging. Auf der ich plötzlich Szenen sah, die mich noch lange beschäftigten. Ich sah ja diese Seelen, diese Verstorbenen, die eigentlich unter der Brücke einen Erhängten begleiteten oder mit dem was zu tun haben. In der heutigen Zeit im Sonnenlicht sieht das einfach gut aus. Wir sind dann hier rausgestiegen, damit wir das Denkmal haben kennengelernt. Wissen Sie, was das ist, das Denkmal? Hä, was das ist? Das ist eine ganz alte, ehrwürdige Stelle. Wichtige Stelle des Ägeritales. Es ging sogar in die Schweizer Geschichte ein. Morgenartenschlacht an der 1315. Schau dir mal das grosse Denkmal an. Schau dir mal hoch. Ah, schön. Ein ganz wichtiger Platz in der Eidgenossenschaft. Oh! Du, da unten nicht gehst, da unten sind verstorben Seelen. Ah, hast du etwas gesehen da unten? Oh je, schrecklich. Ah, komm, das macht nicht. Komm, gehen wir weiter miteinander. Wir haben versucht, Teile aus meinem Leben im Bereich von der ersten Klasse ihnen nachzuzeichnen oder nachzuspielen. Vieles ist mir zugestoßen als Kind, das ich nie mehr vergessen habe. Und es ist schwer zu übermitteln, was in jedem von uns abläuft oder abgeht, wenn er mit Sachen konfrontiert wird, die er eigentlich nicht verstehen kann. Gerade als Kind, als sechs-, siebenjähriges Kind, wo ich damals war. Und es eigentlich niemandem hundertprozentig übermitteln konnte, wo mich auch verstand. Ich hatte liebe Menschen um mich herum, das haben sie ja gesehen. Aber trotzdem ist man als Mensch und Wesen allein. Und es geht auf ihm. Wenn man das wollte, verstand alle parts. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020